Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 28. August. Und das sind unsere Themen. Vergiftetes Angebot. Merz will Große Asylkoalition. Selbstbewusste Ankündigung. Zelensky will USA Siegplan präsentieren. Schlechte Absicherung. Russland in Sorge wegen Lex bei Telegram. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie meistern eigentlich andere Unternehmen die Herausforderungen der digitalen und nachhaltigen Transformation? Wer könnte das besser wissen als UnternehmerInnen selbst? In Erfolgsbilanz, dem Sparkassen-Podcast, plaudern UnternehmenslenkerInnen aus dem Nähkästchen und gewähren exklusive Blicke hinter die Kulissen. Wie konnten ihre Firmen zu den führenden Unternehmen in diesem Land werden? All das gibt es in Erfolgsbilanz, dem Sparkassen-Podcast für Unternehmen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Politik. Das war ein geschickter Schachzug von Friedrich Merz. Mit seinem Angebot an Olaf Scholz, in der Migrationspolitik zusammenzuarbeiten, bringt der Oppositionsführer den Regierungschef in eine echte Zwickmühle. Zur Erinnerung hier die drei Vorschläge, die Merz gestern nach einem Gespräch mit dem Bundeskanzler öffentlich gemacht hat. Erstens, Scholz und Merz sollten je eine Person damit beauftragen, schnell darüber zu sprechen, was im bestehenden Recht geändert werden kann. Zweitens, in seiner ersten Sitzungswoche nach der Sommerpause könne das Parlament dann klären, welche Gesetze man ändern wolle. Drittens, der Kanzler solle für das Thema Migration den Fraktionszwang im Bundestag aufheben. Dann müsse sich die zerstrittene Koalition nicht mehr einigen, so Merz. Der Bundeskanzler ganz profi hat gestern Abend auf Ex erstmal mit maximaler Unverbindlichkeit. Zitat, gut wenn die Opposition bereit ist, in einer so wichtigen Frage mit der Regierung zusammenzuarbeiten. Zitat Ende. Verglichen damit hat FDP-Chef Christian Lindner gegenüber Bild schon eifriger mit dem Finger geschnipst. Zitat, die FDP steht zu überparteilichen Anstrengungen bereit, neuen Realismus in der Migration von Bund und Ländern konsequent durchzusetzen. Zitat Ende. 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 Telegram. Zitat Ende. 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 wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Oasis hatten sich vor 15 Jahren getrennt. Damals hatte Noel Gallagher die Band im Streit mit seinem Bruder Liam verlassen. Den hat Noel einst so charakterisiert, Zitat, er ist der wütendste Mann, den du je treffen wirst. Er ist wie ein Mann mit einer Gabel in einer Welt voller Suppe. Zitat Ende. Ich wünsche Ihnen einen Tag, auf den Sie nicht im Zorn zurückblicken. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens Stehen Sie auch vor den wachsenden Herausforderungen der modernen Arbeitswelt? Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Big Data, Fachkräftemangel? Randstadt steht als Partner for Talent an Ihrer Seite. Kompetent, verlässlich und auf Augenhöhe. Randstadt vermittelt Ihnen ExpertInnen, zum Beispiel in IT, Engineering, HR, F&A, Life Science oder Purchasing. Mehr dazu auf Randstadt.de